hallo und herzlich willkommen zum thema gesunder rücken ich bin die sarah freue mich dass du dabei bist heute es geht um das thema gesunder rücken wirbelsäule wir werden alle bewegungsrichtungen der wirbelsäule mitnehmen heißt ein beugen ein strecken ein seit neigen eine rotation alle bewegungen die die wirbelsäule auch ausführen kann ich gebe dir immer optionen das heißt du kannst du mal schauen möchtest du ein bisschen mehr oder möchtest du ein bisschen weniger du kannst natürlich immer während der übung auch wechseln ja wenn du merkst fortgeschrittene variante ist zu viel gerne auch immer wieder zurück zum einfacheren an sich arbeiten wir heute schön in der stabilität das heißt viel auch so einbein stand aber auch in der mobilität und ja da schau einfach mal was geht pausen kannst du natürlich so wählen wie sie für dich notwendig sind und ja würde ich sagen starten wir einmal ich starte die musik du darfst es dir auf deiner matte schon mal gemütlich machen ich bin sofort wieder im bild da stelle ich einmal hin so den hüftgelenks breiten stand wir wollen einmal alles durch mobilisieren durch bewegen und du atmest mal ganz tief über die seite ein und wieder aus ein und aus erstmal alles bereit machen zweimal mehr tief ein und wieder aus letztes mal lass mal die arme dann locker zur seite tief sinken bring dein kinn zum brustkopf und schieb mal den kopf zur rechten schulter schau weit zurück dann kommst du über die mitte zu deiner linken schulter schau auch hier weit zurück zu einem schönen halbkreis den du mit einem kinn und einem brustbein entlang mannst hier mobilisierst du die halswirbelsäule ganz ganz wichtige muskulatur in deinem körper war das noch einmal auf jeder seite und kommst du wieder zurück zur mitte blick geradeaus das geht mal dein rechtes ohr zur rechten schulter und ein linkes ohr zur linken schulter hat man das gefühl du hast gewicht in deinen händen und die schultern die ziehen nach unten egal was den kopf mal ganz locker von der einen zur anderen seite einmal mehr auf jede seite komm da wieder zur mitte und jetzt zieh mal die schultern hoch und lasse wieder fallen hoch und fallen dieses gefühl ich weiß nicht und locker lassen zweimal mehr und los lassen letztes mal und jetzt kreise die schulter nach hinten schöne große bewegungen die schulterblattspitzen wollen in richtung deiner ferse ziehen kreisen genau darfst du bei lächeln das ist alles noch entspannt viermal mehr drei zwei letztes mal jetzt öffnet die arme in die seite mach dich groß und stolz jetzt umarme einen großen ball runde den rücken öffne dich und umarme einen großen ball ja ihr seht vielleicht hier oben sind diese großen petzi bälle die umarmst du ja so einen richtig schönen großen ball dass die gesamte wirbelsäule ganz rund wird becken schiebt dabei nach vorne ihr macht den blick mit schau zum bauchnabel wenn du rund wirst und schon nach vorne wenn du lang wirst zweimal mehr arme den ball und wieder öffnen letztes mal dann immer die hände tief leg sie auf oberschenkel gesäß geht ein bisschen zurück und du wirst rund und lang in der wirbelsäule rund und lang ein bisschen mehr aus dem unteren rücken zweimal mehr und dann roll dich nach oben auf bleib wieder in diesem hüftgelenksbreiten stand und jetzt noch mal die rechte ferse hoch oder die linke ferse dass du mal einmal auf die fußspitze kommst ein bisschen die gewichtsverlagerung schon mal üben und dann bleibt deine rechte ferse oben auch der gezielt nach innen und dein knie will nach innen und nach außen mal ganz locker in die hüft mobilität die arme dürfen gerne so ein bisschen mit gehen wenn es geht gerne auch den fuß vom boden hebe nach innen nach außen zweimal mehr jetzt stell den fuß wieder ab und noch mal im wechsel ferse heben und senken ja so werden die fußgelenke auch ein bisschen warm mobilisiert wir brauchen den ganzen körper wirst du nachher sehen linke ferse bleibt oben bauch der gezielt nach innen knie geht nach innen nach außen die arme gerne wieder so ein bisschen entgegengesetzt mitnehmen und wenn es geht gerne auch wieder den fuß hebe nach innen nach außen ein bisschen schon mal in den einbein stand üben letzten zwei mal dann kommst du wieder zur mitte bein absetzen sehr schön kurz mal lockern jetzt solltest du so ein bisschen warm geworden sein wunderbar so wir kommen in den hüftgelenks breiten stand so ein dritter schmaler fuß hat in der mitte platz du stellst du mal vor da ist so ein kleiner hocker hinter dir du möchtest dich auf diesen hocker absetzen die arme gehen entgegengesetzt nach vorne und du richtest dich wieder auf klassisch kniebeuge setz dich auf den hocker ab komm tief und wieder hoch setz dich tief und wieder hoch schön langsam tief und wieder hoch vielleicht geht es auch noch ein bisschen tiefer mach das noch für viermal schau mal dass die knie hinter deinen Fußspitzen bleiben Blick ist nach vorne gerichtet Brustbein angehoben mach das noch für zweimal tief und wieder hoch beim nächsten mal bleibst du tief beide arme kommen vor deine knie jetzt geht mal der rechte arm nach oben zieht hoch und wieder tief der linke arm zieht hoch und wieder tief die Bauchdecke zieht fest nach innen der Rücken ist lang und wieder tief hier geht es um die Stabilität in deine Körpermitte jetzt geht mal der rechte Arm nach vorne der linke Arm zieht zurück kommst wieder in die Mitte und der Wechsel links vor rechts zurück und wieder zur Mitte halte die Körpermitte ganz aktiv schau nach vorne Brustkorb angehoben heben und senken sehr sehr langer Rücken Bauchdecke fest nach innen ziehen jawohl schau nach vorne vor und zurück so jetzt wird es ein bisschen wilder wir schwingen vor und zurück schwingen schwingen und jetzt öffne dich mal in die Seite öffnen da wo du dich öffnest löse mal die Ferse mit schwingen schwingen schau auch in die Seite rein pep pep ich drehe mich mal zur Kamera dass ihr mal von hinten sehen könnt wie das aussieht manchmal ist es ein bisschen mit rechts links dass du mal siehst so soll es aussehen schwingen schwingen deine letzten acht sieben jawohl sechs schön die Seite schauen öffne dich vier drei zwei letztes Mal komm zur Mitte zurück Kinn rollt sich ein und du rollst nach unten ab schwinge so ein bisschen nach rechts und links Stabilität vor allen Dingen im unteren Rücken wirst du jetzt vielleicht hier gerade merken pendel dich in der Mitte wieder ein und roll dich Stück für Stück nach oben auf dein rechtes Bein geht nach vorne dein linkes Bein geht zurück Hauptgewicht ist vorne Knie stabil über dem Sprunggelenk richtet den Oberkörper auf Bauch der gezielt nach innen Arme gehen in die Seite hinteres Knie geht tief und wieder hoch geht tief und wieder hoch klassische Ausfallschritte bleib hier vorne ganz stabil und wieder hoch haben beide Knie 90 Grad im Kniegelenk zweimal mehr tief und hoch jetzt bleibe mal tief Achtung der Oberkörper rotiert zum Bein zum Bein hin und zur Mitte zurück zum Bein und zur Mitte jetzt schauen wir das Knie Füße und Hüften stabil bleiben Option wäre hier nach oben zu kommen mit der Rotation tief gehen und wieder nach oben wenn du sagst oh mein Gott das ist viel zu viel dann bleibe nur in der Rotation unten wenn das zu viel ist bleibe in der Rotation oben wenn das geht beides zusammen Acht Wiederholungen und tief und wieder hoch zieh die Baustecke fest nach innen Schultern weg von den Ohren und nochmal tief und wieder hoch tief und wieder hoch letzten vier Wiederholungen das darf auch in den Beinen und im Po ein bisschen zu spüren sein wir arbeiten auch mit die Stützen auch die Nimmelsäule letzten zwei Wiederholungen letztes Mal komm mal wieder zur Mitte zurück löse die Arme und steige nach vorne Hüftgelenksbreiter Stand Arme hoch Schultern tief und stell dir mal vor du willst ganz locker loslassen und schwingst mit den Armen durch und stell dich wieder hin Spannung halten und schwingen und Spannung halten es ist das loslassen und hier wieder die Spannung aufbauen lang machen schwingen und wieder lang machen nochmal Schwung die Knie gehen locker mit das ist eine super schöne fasziale Übung gerade für den unteren Rücken Schau mal wenn du schwingst nimm gerne mal die Fersen mit hoch und nochmal schwingen und wieder hoch gerne auch ein bisschen schneller schwingen und stehen schwingen und stehen Kopf ist locker zwischen den Schultern ja die ganze rückwärtige Faszienlinie wird hier richtig schön gelockert Mobilität wird geschafft ja mach das noch viermal schwingen und wieder stehen schwingen und wieder stehen letzten zwei letztes Mal und wieder lösen ja sehr schön gleiches Bein wie vorhin rechtes Bein hat wieder den Stand linkes Bein ist so ein bisschen aufgestellt Bauchdecke zieht fest nach innen nimm beide Arme in die Seite und von hier aus geht dein linkes Bein nach hinten der Oberkörper neigt sich nach vorne und du kommst wieder in die Ausgangsposition zurück komm wieder nach vorne und die Ausgangsposition das ist so eine Art Pendel Oberkörper und linkes Bein pendeln gleichmäßig das heißt Oberkörper und linkes Bein bilden immer eine Linie und du entscheidest wie weit du gehen möchtest möchtest du tiefer gehen oder möchtest du noch tiefer gehen ja so wie es für dich geht jetzt versuch mal das linke Bein noch mehr in die Länge zu bringen gerne die Fußspitze ranziehen Länge schaffen und wieder hochkommen Standbein ich weiß das darf jetzt schon ein bisschen zu spüren sein das muss ganz ganz viel Stabilität viermal mehr schwingen und wieder hochkommen schwingen und wieder zurück letzten zwei schwingen und das nächste Mal schwingst bleibe einmal unten halten Becken parallel Bauchdecke zieht nach innen Schultern weg von den Ohren Spannung halten für vier für drei für zwei richte dich langsam nach oben auf abstellen kurz lockern das rechte Bein durfte jetzt viel machen alles gut nachher darf das linke Bein ran so zweite Runde Kniebeugen Hüftgelenksbreiter Stand denk wieder an den kleinen Hocker du setzt dich ab Arme gehen mit vorn und du richtest dich wieder auf setz dich tief und richte dich wieder auf wir arbeiten schön langsam dafür technisch sauber Bauchdecke nach innen ziehen und gefühlt hast du hier immer so einen leichten Endenpupon so ein leichtes Endenpürzen zwei Mal mehr hast du schon geschafft sitzen und wieder hoch Knie bleiben hinter den Fußspitzen jetzt bleiben wir wieder sitzen Arme ziehen in Verlängerung der Wirbelsäule streck mal bis in die Fingerspitzen alles durch und jetzt beginne hier zu Holz Holz zu hacken so rum ich weiß diese Übung magst du sehr sehr gerne Ellenbogen ganz lang bis in die Fingerspitzen strecken atmen es darf ein bisschen anstrengend sein es darf warm werden in den Beinen im Gesicht in der Körpermitte Bauchnabel fest nach innen ziehen Spannung halten Holz hacken das ist leicht geschafft schenke mir und dir ein Lächeln die letzten Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Und wieder lösen lass dich tief sinken und schwing wieder so ein bisschen nach rechts und links lass den Kopf locker hängen Atme tief an und aus kommst du wieder zurück in die Mitte roll dich Stück für Stück nach oben auf die aufrechte Position und wir gehen auf die andere Seite linkes Bein kommt nach vorne rechtes Bein zurück vorne wieder stabil über den Sprunggelenk Oberkörper aufrecht Bauch der gezielt nach innen Arme in die Seite hinteres Knie möchte tief kommt tief und wieder hoch schüttel langsam und du darfst gerne das Knie richtig schön zum Boden bringen hier vorne bleibe wieder ganz stabil über den Sprunggelenk technisch sauber wenn du einen Spiegel hast guck da gerne mal rein im Optimalfall 90-90 tief und wieder hoch tief letzten zwei Wiederholungen da weißt du schon oh je jetzt bleibst du wieder hier unten wir rotieren zu dem vorderen Bein Bauchdecke zieht nach innen Rotation und zur Mitte zurück Rotation Somit du bleibst wieder ganz ganz stabil in den Füßen in den Knien Rotation zum Bein und zurück natürlich die Option wenn es nicht mehr geht mit dem Bein unten nach oben zu kommen wenn du mehr möchtest Rotation tief Mitte wieder hoch tief und hoch hier brauchst du ganz ganz viel Stabilität Koordination tief und wieder hoch deine Variante deine Übungen acht Wiederholungen mehr acht und zur Mitte sieben und zur Mitte sechs fünf oder du bleibst tief vier oder du bleibst oben deine Option drei und zur Mitte zwei letztes Mal Rotation zur Mitte dann steige nach vorne Hüftgelenksbreiter Stand magst du dich ein bisschen um die Musik kümmern ich habe natürlich einen Assistenten der darf sich gerne ein bisschen um die Musik kümmern die ist ein bisschen leiser geworden so du hattest kurz Pause Hüftgelenksbreiter Stand Arme hoch Schultern tief lass dich locker fallen schwingen und hoch schwingen und stehen wir werden es loslassen hier und die Spannung aufbauen loslassen Spannung aufbauen nimm gerne wieder die Fersen mit und halten und halten wenn du magst dürfen sich hier gerne auch mal die Füße lösen in einer Hüpfer und Spannung halten und Spannung halten ja deine Option superschöne Übung für eine Faszin letzten vier Wiederholungen ob schwingen ob Fersen heben ob der kleine Hüpfer deine Entscheidung letztes Mal und lösen sehr schön so Gewicht linker Fuß also gleicher Fuß wie gerade eben rechtes Bein locker aufgestellt Bauchdecke nach innen ziehen Arme in die Seite und das ist wieder das kleine Pendel rechtes Bein geht zurück Oberkörper geht vor und wieder in die Mitte als wäre Oberkörper und Bein verbunden vor und zurück vor und du entscheidest wie tief es da gehen kann es kann nur hier oben sein ganz klein oder es kann relativ tief gehen du entscheidest für dich Pendel und wieder hoch versuche jetzt mal das rechte Bein mehr zu strecken die Fuhrspitze ranzuziehen noch mehr Stabilität halte die Bauchdecke fest nach innen gezogen Pendel und Mitte Schultern weg von den Ohren deine letzten vier Wiederholungen noch drei noch zwei und dann halte wieder halte in deiner Standwaage fixiere gerne einen Punkt am Boden Becken parallel Bauchdecke nach innen gezogen Schultern weg von den Ohren gleich geschafft letzten vier drei zwei letztes Mal nach oben zurück Bein abstellen lockern sehr sehr schön so jetzt kommst du einmal an das Ende deiner Matte und schaust dass die Matte vor dir liegt ja so im Hüftgelenksbreiten Stand Kinn kommt zum Brustbein du rollst dich Stück für Stück nach unten ab beugst die Knie so weit dass die Hände auf die Matte kommen und dann wanderst du mit den Händen einmal nach vorne und setz die Knie auf der Matte ab so wir sind im Vierfüßlerstand Hände unter den Schultern Knie unter der Hüfte und schau mal dass du den Fußspann hier ablegst die Bauchdecke zieht fest nach innen von hier aus darf einmal dein rechtes Bein lang nach hinten gehen Bein raus und Bein wieder absetzen dein linkes Bein heben und wieder senken auf deinem Gesäß steht ein Tablett mit deinem Lieblingsgetränk das möchtest du da behalten denn du möchtest es ja nachher noch trinken also bleibt dein Gesäß und dein Becken ganz parallel dein Blick schaut vor deine Fingerspitzen auf die Matte eine leichte Doppelkinn Haltung dass dein Nacken lang bleibt beim nächsten Mal wenn dein rechtes Bein raus geht bleib bis da und du darfst die Fußspitze immer unten absetzen von hier aus öffnet sich dein linker Arm nach oben und dann tauchst du mit dem linken Arm unter dem rechten Arm durch halte die Stabilität öffne dich nach oben und du tauchst unter dem anderen Arm durch gerne mit der Atmung wenn du möchtest einatmen öffnen ausatmen durch tauchen Stabilität wenn du mehr möchtest Option dein rechtes Bein bleibt gehoben du tauchst hier durch du wirst sehen das ist ein bisschen wackeliger kein Problem schaffst du öffne dich und schau immer dass der Hand hinterher geschaut wird ja der Hand die sich öffnet schaust du hinterher und auch wenn sie unten durchtaucht Stabilität schau dass das Becken parallel bleibt dein Getränk steht immer noch auf deinem Gesäß halt auch hier schön in der Mitte bleiben deine letzten drei Wiederholungen Stabilität ob mit dem Fuß abgesetzt oder Fuß in der Luft du entscheidest für dich ein letztes Mal dann kommst du wieder zur Mitte setz die Hand ab setz das Bein ab dann mach hier mal so einen ganz runden Katzenbuckel und zieh dich wieder lang und nochmal runder Katzenbuckel und wieder lang zweimal mehr und dann einmal lösen sehr schön als nächstes habe ich für euch eine wunderschöne Übung die ihr bestimmt auch lieben werdet die schönen Liegestütz und zwar wollen wir enge Liegestütz üben ich habe verschiedene Optionen für dich und die kann jeder machen Option 1 ist die Vorbereitung für den Liegestütz die Hände sind unter den Schultern weit gefächert im Vierfüßlerstand Knie unter der Hüfte in der Vorbereitung beugst du die Ellenbogen und legst nur die Unterarme ab und dann kommst du wieder hoch das ist sozusagen die Vorbereitung und die einfachste Variante der Liegestütz und die kann jeder von euch da bin ich mir sicher so Option 1 Option 2 die Hände gehen etwas weiter nach vorne und du schiebst dein Becken hier nach vorne in die Länge Bauch der gezielt nach innen Füße bleiben auf der Matte auch hier beugen sich die Ellenbogen eng aber die Schultern kommen jetzt vor deine Fingerspitzen du darfst dir gerne kurz ablegen und kommst dann wieder hoch das Wichtige ist hier wirklich dass die Schultern vor deinen Fingerspitzen enden denn dann sind die Oberarme parallel zum Boden und die Ellenbogen sind ganz ganz eng an deinem Rippenbogen die nächste Option ist dann natürlich tief kommen und wieder hoch kommen ohne zu berühren ja also die Bauchdecke fest nach innen zu ziehen und knapp über den Boden zu halten und dann natürlich auch machbar auf den Füßen hier tief zu kommen und wieder hoch deine Option du entscheidest Ellenbogen unterarm ablegen ablegen vorne im halben Liegestütz halten oder auf den Füßen ja deine Option und du machst jetzt acht wunderschöne Liegestütze in deiner Option ich mach mal mit mit euch wir machen sie schön langsam Becken schiebt immer nach vorne lange Bauch ich bleibe auf den Knie mit euch du kommst tief und wieder hoch drück jede einzelne Fingerkuppe in die Matte deine Variante tief und wieder hoch und den Bauch darf natürlich den Boden berühren wenn du diese Variante nimmst wenn du allerdings die Variante nimmst wo du den Oberkörper hältst dann sollst du den Bauch auch nicht den Boden berühren die letzten zwei Wiederholungen dann hast du schon geschafft ein letztes Mal dann schieb dich zurück auf die Fersen zieh die Arme lang durchatmen und auf diese Art und Weise kannst du auch immer selber deine Liegestütze üben irgendwann gehen wir nach auf den Füßen komm dann wieder nach oben zurück in den Vierfüßlerstand Hände wieder unter die Schultern Knie unter die Hüfte letzte Stützübung beziehungsweise letzten zwei Stützübungen Bauch da gezielt nach innen und hier nochmal im Wechsel einmal rechtes Bein lang und wieder senken einmal linkes Bein denk wieder an dein Lieblingsgedräng auf deinem Gesäß das heißt im Prinzip ist dein Fuß immer so ein kleines bisschen tiefer als dein Gesäß das ist dann die optimale Position beim nächsten Mal wenn dein linkes Bein oben ist stell gerne die linke Fußspitze auf rechter Arm öffnet sich in die Seite und dann tauchst du mit dem rechten Arm unter dem linken Arm durch und wieder öffnen und durchtauchen schau der Hand wieder nach wenn du nach oben kommst und wenn du unten durchtauchst auch hier die Option das Bein zu heben du wirst merken es wird wackeliger bei mir auch jetzt brauchst du ganz ganz viel Tiefenmuskulatur das heißt diese ganzen Muskeln die deine Wirbelsäule stabilisieren die sind jetzt ganz ganz aktiv schau der Hand wieder nach beim Öffnen und beim Durchtauchen ich weiß die Standhand die ist vielleicht jetzt schon ein bisschen schmerzhaft drück noch mal mehr die Fingerkuppen in die Matte ja Stabilität die letzten drei Wiederholungen entscheide wieder mit Atem Rhythmus einatmen öffnen ausatmen durchtauchen oder atmen so wie es für dich richtig ist ein letztes Mal dann kommst du wieder in die Mitte setzt die Hand ab setzt das Bein ab und mach hier noch mal so einen ganz runden Katzenbuckel und werde wieder lang und noch mal der runde Katzenbuckel und wieder lang zweimal mehr und dann bleib wieder im Vierfüßlerstand eine Runde noch deine Liegestütze acht Stück Unterarme mit Ablegen ohne Ablegen oder Füße acht Stück in deinem Tempo noch acht und wieder hoch sieben schön langsam und wieder hoch lass die Ellenbogen eng sechs und drück dich wieder hoch fünf und wieder hoch Bauchdecke nach innen ziehen vier hoch nach drei hoch letzten zweimal tief und wieder hoch ein letztes Mal tief und hoch schieb dich zurück auf die Fersen zieh die Arme lang Atme kurz durch und richte dich nach oben auf setz dich ab bring die Füße über die Seite nach vorne und stell die Füße so hüftgelenksbreit auf gib den Brustkorb an die Bauchdecke zieht nach innen und schieb mal dein Becken nach vorne dass du so eine richtig schöne lange Wirbelsäule hast jetzt nimm mal die Arme nach vorne und stell dir vor du hast so einen kleinen Ball zwischen den Händen du kannst gerne auch irgendwie ein Kissen oder eine Wasserflasche oder irgendwas in die Hände nehmen Bauchdecke fest nach innen ziehen und jetzt geht es hier langsam nach hinten und wieder nach vorne du bleibst schön lang im Rücken und wieder hoch du gehst nur so tief wie dein Rücken lang bleiben kann dein Kinn hat wieder diese Doppelkinnhalte und dein Kinn zieht nach unten in Richtung Brustkorb tief und wieder hoch das ist nur so eine kleine Bewegung und du entscheidest selber je tiefer du gehst desto intensiver natürlicher das darf dann auch ein bisschen zittern nochmal tief und wieder hoch lass den Rücken schön lang Brustkorb angehoben zweimal mehr tief und wieder hoch letztes Mal du mal halte so ungefähr in der Mitte und jetzt möchtest du diesen Ball einmal zur Seite und zur anderen Seite bringen und du möchtest den Ball im Prinzip kurz ablegen und kurz ablegen eine schöne Rotation hier deine Bauchdecke zieht nach innen schieb immer noch das Becken nach vorne halte die Stabilität in deiner Lendenmöbelsäule von der einen Seite zur anderen Seite Wenn du was in der Hand hast ist es aber noch mal ein bisschen einfacher von der Bewegung von der einen Seite zur anderen Seite letzten acht sieben sechs fünf vier drei zwei ein letztes Mal pro Seite dann kommst du wieder in die Mitte und du darfst mal deine Beine umarmen mal ganz rund werden in der Wirbelsäule locker tief ein und ausatmen eine schöne Rotation lösse dich dann wieder auf und jetzt roll dich mal in Zeitlupe auf deine Matte ab die Hände darfst du gerne an die Außenseite deiner Beine nehmen werde ganz rund in der Wirbelsäule und Stück für Stück kommst du auf die Matte auf der Matte legen ist immer schon mal schön du drehst dich einmal in die Seitenlage und zwar deine Füße übereinander Knie übereinander Hüften übereinander Schultern übereinander den Kopf legst du erstmal ganz bequem auf dem Oberarm ab Bauchdecke zieht nach innen und die obere Hand ist hier nur mit den Fingergruppen aufgestellt jetzt heb mal beide Beine von der Matte an genau jetzt hast du hier schon mal eine schöne Spannung und jetzt gehen mal beide Beine nach oben und jetzt gehen beide Beine wieder tief Beine heben und Beine senken versuch die Beine ganz eng zusammen zu lassen heben und senken wenn du möchtest darf der Arm nach oben gehen dann hast du ein bisschen mehr was du noch ausbalancieren musst heben und senken wenn du noch mehr möchtest hast du die Möglichkeit den Kopf und den unteren Arm ebenso zu heben beide Beine heben beide Beine senken es wird noch ein bisschen instabiler schau mal wie weit die Beine nach oben gehen ich weiß wenn die zusammen sind gehen die nicht besonders weit du arbeitest hier über die Seiteneigung heben und wieder senken Spannung halten lass den Kopf ganz entspannen ja manchmal hängt mir dann da irgendwo Hals-Nacken-Bereich entspannt heben und senken letzten vier Wiederholungen drei zwei ein letztes Mal einmal lösen Beine ranziehen kurz durchatmen von hier aus drehst du dich einmal in die Bauchlage ganz entspannt leg mal den Kopf auf den Handrücken ab lass die Schultern ganz locker platzi die Bauchdecke nach innen und jetzt beuge mal beide Beine öffne die Knie mattenbreit und bring mal die Fersen in der Mitte zusammen und jetzt möchtest du deine Fußsohlen nach oben schieben zur Decke und wieder lösen Fußsohlen nach oben schieben und wieder lösen heben und wieder lösen heben und lösen zieh die Bauchdecke fest nach innen und je mehr vom Oberschenkel sich löst desto besser hat ein Gesäßes aktivieren und ein unterer Rücken die beiden arbeiten immer zusammen wir haben ihre selben Ansatzpunkte in der Fasziatur Kolumbalis im unteren Rücken jetzt feder mal dreimal oben feder 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 löse federn 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 löse spür mal richtig schön wie deine Füße nach oben wollen feder 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 und lösen hepp hepp und lösen hepp hepp und lösen feder 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 und lösen die Knie letzten vier Wiederholungen letzten drei letzten zwei ein letztes Mal und dann einmal lösen die Knie wieder enger zusammenbringen Beine absenken und gerne so ein bisschen mit dem Gesäß nach rechts und links wanken dann löse einmal wieder bring beide Arme nach vorne beide Beine zurück hebe Arme und Beine an und beginne einmal zu schwimmen schau dabei nach unten auf deine Matte wieder diese lange Nacken Position und jetzt versuche auch hier wieder die Arme ganz lang zu strecken bis in die Fingerspitzen die Beine ganz lang zu strecken hier nochmal alles rauszuholen ganz ganz lang schwimmen 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 die gesamte Körperrückseite ist hier jetzt nochmal aktiviert für dich sehr sehr gut hast du noch ein paar Meter bis zum Ufer du hast es gleich geschafft letzten acht sieben sechs fünf vier drei zwei und du darfst lösen nochmal die Stirn auf dem Handrücken ablegen und nochmal so ein bisschen nach rechts und links schwingen mit dem Gesäß dann löse immer wieder bring die Unterarme auf die Matte Ellenbogen unter den Schultern die vorletzte Übung drück dich mehr aus den Schultern raus beide Fußspitzen aufgesetzt und komm nach oben in den Bankstütz und halte hier für eine Minute wenn es dir machbar ist wenn es nicht mehr geht gerne die Knie kurz absetzen wenn es geht halte schön in einer Linie hat man das Gefühl die Ellenbogen ziehen zu den Fußspitzen und die Fußspitzen zu den Ellenbogen das ist deine vorletzte Übung eine Minute halte natürlich jetzt nicht mehr du hast schon 20 Sekunden geschafft gleich ist Halbzeit Bauchdecke nach innen ziehen drück dich aus den Schultern raus halte die Spanung noch für 30 Sekunden gleich geschafft halte durch nochmal schön nach innen ziehen wenn es gar nicht mehr geht Knie kurz absetzen und dann wieder heben ja gleich geschafft letzten 20 Sekunden laufen halte durch danach nur noch eine Übung dann hast du es schon geschafft so die letzten 10 Sekunden 9 8 7 6 5 4 3 2 1 und löse sehr schön und dann darfst du dich einmal auf die andere Seite drehen wir haben noch den Seitstütz auf der anderen Seite Füße Knie Hüften Schultern übereinander den Kopf wieder ganz bequem auf deinem Oberarm abgelegt obere Hand mit den Fingerspitzen aufgestellt Bauchdecke nach innen ziehen beide Beine hebeln Beine sind wieder eng zusammen und dann gehen beide Beine hoch und beide Beine tief heben und senken du schaust wieder wie weit es geht Option den oberen Arm zu heben du wirst merken es wird wackeliger ja du musst das alles ausgleichen Option 2 Kopf und unteren Arm ebenso mit heben Spannung halten Arbeite in die Seitneigung alle Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule wie anfangs erwähnt Halt die Spannung gleich geschafft deine letzten 4 Wiederholungen noch 3 noch 2 ein letztes Mal und dann einmal lösen Beine ranziehen durchatmen und hier aus dreh dich in die Rückenlage jetzt ganz entspannt Füße einmal aufstellen den Arme locker neben den Körper richte mal dein Becken auf und roll dich nach oben ab in die Schulterbrücke und dann lass dein Brustkorb sinken und roll dich wieder Stück für Stück ab roll dich auf nur noch mobilisierend ganz locker aufrollen und wieder abrollen zweimal näher wenn du dann wieder abgerollt hast nimm mal die Arme auf Höhe der Schultern lass die Handflächen jetzt gerne nach unten zeigen und dann lass mal beide Knie ganz locker nach rechts und nach links fallen locker ein bisschen den unteren Rücken Kopf ist ganz entspannt auf deiner Matte Nacken, Schultern sind entspannt wenn du das nächste Mal auf der rechten Seite bist bleib mal da leg beide Beine nach rechts ab beide Schultern bleiben auf der Matte und wenn du magst dann darf das obere Bein noch ein bisschen mehr nach vorne ziehen dehne deine Flanke lass den Atem fließen und schau wirklich dass beide Schulterblätter auf deiner Matte den Kontakt behalten komm dann wieder zur Mitte zurück und dann mal beide Beine rüber nach links Schultern bleiben auch hier auf der Matte wenn du magst das obere Bein wieder mit nach vorne nehmen langsam wieder zur Mitte zurück und dann zieh mal beide Beine zu dir ran umarme deine Beine einmal hieb deinen Kopf einfach so ein ganz kleines Päckchen und beginn dich mal locker vor und zurück zu schaukeln lass diese Schaukelbewegung immer größer immer größer werden bis du so groß schaukelst dass du im Sitz landest dann komm in eine bequeme eine Sitzposition das kann ein Schneidersitz sein das kann ein Fersensitz sein das kann ein langer Sitz sein was dir gerade angenehm ist richte dich hier nochmal auf nimm die Arme nochmal in die Seite und dann zieh dich einmal rüber zur rechten Seite und einmal rüber zur linken Seite und dann dehn dich nochmal so ein bisschen in die Seite auf einmal mehr auf jeder Seite und dann wieder zur Mitte zurück und jetzt umarme nochmal diesen großen Ball werde ganz rund und richte dich nochmal auf und werde nochmal rund und richte dich nochmal auf zweimal mehr atme ein für die Arme nach oben und aus nimm die Hände vor dein Herz und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen habt ihr super gemacht ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder macht es gut